Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Unreal Engine. Heute geht es weiter und zwar wollen wir heute unseren ersten Animation Blueprint erstellen. Ein Animation Blueprint ist sozusagen genau das, er animiert bzw. er sagt wann welche Animation abgespielt werden soll. Das heißt, wenn ihr lauft, dann habt ihr normalerweise eine Laufanimation, sprich man müsste dieses Blend Idle Walk Run, was wir letztes Video erstellt haben, also diesen Blend Space ausführen, je nachdem wie groß eben der Speed ist. Und wenn ihr springt, dann soll eine Sprunganimation ausgeführt werden und nicht irgendwie umgekehrt. Das heißt, wenn ihr vorwärts lauft, soll jetzt nicht irgendwie gerade die Sprunganimation gestartet werden. Das ist ein bisschen blöd sonst und das ist genau die Aufgabe von so einem Animation Blueprint. Überlegt euch mal, wie viele Animationen so ein Charakter hat, also Mitsprechen, Handbewegung, irgendwelche Sequenzen und so weiter und dann überlegt euch, wie komplex das Ganze werden kann. Das ist schon ziemlich krass. Deswegen sind Animation Blueprints von Charakteren extrem wichtig, aber in unserem Fall, wir schauen uns gerade mal kurz das Gesicht an, der hat ungefähr so viele Gesichtszüge wie ein Amboss und deswegen wird das nicht ganz so kompliziert werden. Wir wollen einfach nur laufen und wir wollen springen. So, als erstes dieser Animation Blueprint unseres wunderbaren Charakters, der schon existiert, weil wir im Third Person Template sind. Den löschen wir erstmal, denn man kann nur einen haben, es darf nur eingeben. So, Force Delete, alles weg und jetzt haben wir sozusagen kein Animation Blueprint mehr. Jetzt haben wir nur noch diesen komischen Kerl da drin stehen, den wir auch gerade mal löschen. Und ja, jetzt müssen wir natürlich alles von selber machen, was wir eh schon die ganze Zeit gemacht haben, macht also nichts. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen einen Animation Blueprint erstellen. Also gehen wir unter Animation und Animation Blueprint. So einfach ist das Ganze. So, und jetzt gehen wir hier, naja gut, was wollen wir hier, also wir müssen eine Parent Class auswählen. Das heißt, wir wollen Sachen bekommen, die schon irgendwo vorhanden sind. Zum Beispiel könnten wir jetzt Informationen über ein Vehikel haben. Wir könnten aber auch dieses Tutorial nehmen. Tutorial ist natürlich nicht gerade in unserem Sinn. Wir könnten auch dieses Broto nehmen, das ist aber irgendwie komisch, das hört sich seltsam an. Also nehmen wir einfach die Anim Instance. So, Animation Instance. Und Animation Instance bedeutet, naja, wir wollen zu einer gewissen Instanz eines Skeletts, wollen wir ein Animation Blueprint machen. Das heißt, wir wollen für ein Skelett die Animationen festlegen, wann welche abgespielt werden wollen. Und dazu nehmen wir einfach dieses wunderbare Skelett und klicken auf OK. So, und jetzt haben wir unseren New Anim Blueprint. Diesen Blueprint nennen wir jetzt einfach mal Anim Blueprint. So, fertig. Okay, und ja, jetzt können wir den aufmachen, ganz normal. Aber wir sehen hier irgendwie seltsame Felder. Wir sind jetzt hier oben, Achtung, wir sehen es hier. Skeleton, Mesh. Also Skeleton und Mesh sollten euch schon bekannt vorkommen. Auch dieses wunderbare Material, was wir hier draufgelegt haben, dieses Schwarze übrigens, also das komische Schwarz, was da drin ist, ist schon da, damit wir hier zum Beispiel diese ganzen schwarzen, feinen Ecken haben. Das ist ziemlich cool. Aber ja, das hatten wir alles schon das letzte Mal, oder nicht das letzte Mal, aber schon eine Weile her besprochen. Unter Animation, also das ist ganz normal eigentlich Persona, unter Animation findet ihr erstmal diese komische Hüpfanimation. Ihr findet aber auch zum Beispiel diese ruhigere Animation des Hutmans. Und auch unseren Blend Idle Walk Run, mit dem wir hier das letzte Mal hantiert haben. Also ganz normal, das ist eigentlich nur stinknormale Persona. Aber was wir jetzt hier dazu bekommen haben, weil wir es gerade erst erstellt haben, klar, davor war auch schon hier Blueprint angezeigt worden, aber das lag daran, dass wir eben schon diesen Blueprint aus dem vorherigen Mal, äh, aus dem, aus dem, äh, aus dem Blueprint, äh, nicht aus dem Blueprint, aus dem Vordruck hier sozusagen, aus dem Third Person Template, so, jetzt habe ich das Wort, ähm, haben wir ja schon ein Blueprint gehabt. Das war deren Blueprint. Wenn ihr hier nichts seht, dann liegt das daran, dass es noch keinen Animation Blueprint bei euch gibt. Ähm, das macht aber nichts. Ihr könnt natürlich so einen erstellen, wie wir es gerade gemacht haben. So, und jetzt ist natürlich immer die Frage, welche Animation Pose, also, wie sieht der Charakter, wie sehen die Skelette, wie sehen die ganzen Knochen aus, all das kriegen wir hier rein. Ihr seht, wenn ich hier drüber fahre, ist im Prinzip wie bei einem Blueprint, ähm, wir haben hier eine Notiz und wir haben hier so ein hübsches Männchen, was rumläuft und das Ding heißt Final Animation Pose. Aber, was hier wichtig ist, wir haben hier als Input, und das ist immer das Wichtigste, das muss jedes Mal, jedes Frame quasi neu gesetzt werden, eine Animation Pose. Und dazu brauchen wir tatsächlich eine sogenannte State Machine oder zu deutsch ein Automat. Ähm, jetzt ist das natürlich ein riesiges Thema, man kann sich da zu Tode reden. Es gibt, keine Ahnung, Vorlesungen über Informatikautomaten, äh, komplett 50 Vorlesungen dazu, 20.000 Bücher gefühlt. Ähm, wir wollen hier nur die Basics haben und Basics von Automaten sind eigentlich recht einfach. Ihr habt, ähm, solche komischen, ich zeig's euch einfach mal ganz kurz, ähm, wir wollen, nein, so wollen wir das nicht machen, ähm, wir wollen hier einen neuen Automaten erstellen, im Prinzip, machen wir das nächste Video, glaube ich erst, ähm, und dann haben wir mehrere Stationen sozusagen und Übergänge zwischen diesen, zwischen diesen Stationen. Das heißt, wir haben mehrere Zustände und eben diese Übergänge. Das heißt, ein Zustand, ähm, ist zum Beispiel hier so ein Quadrat und hier nochmal so ein Quadrat. Ein Zustand wäre Idle, zum Beispiel, ähm, da steht er einfach nur rum. Der nächste Zustand wäre, er fängt an zu springen. Und dann noch ein Zustand, er ist in der Luft am Springen gerade, der Zustand danach, er ist am landen gerade und danach läuft er einfach wieder, beziehungsweise ist am stehen. Solche, äh, Animationen sind im Prinzip da. Wir werden uns das jetzt das nächste Mal angucken, wie wir eben diese Animationen ineinander überführen können. So, ähm, ja, und so lange dürfte ich hier mal ein bisschen rumspielen und das war's eigentlich von meiner Seite. Achso, ne, halt war's noch gar nicht. Ähm, den Eventgraft, der kommt euch vielleicht bekannter vor. Das ist wieder unser stinknormales, ähm, Blueprint. Hier müssen wir die ganzen Variablen setzen und zwar die ganze Zeit zur Laufzeit. Das heißt, äh, Event, Blueprint, Update, Animation ist genau das, was jedes Mal unsere Variablen verändert, die wir nachher hier in unserer State Machine benutzen werden oder in unserem Automaten. Okay, ähm, das war jetzt relativ viel, ähm, was da alles auf euch zukam, ich weiß. Aber, ja, ähm, ihr dürft das Ganze nochmal verdauen und das nächste Mal gucken wir uns das Ganze dann in der Praxis an. Ich hoffe, das reicht erstmal für dieses Mal und, ja, ich will euch nicht überfordern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.